So, du bist bei mir, ja? Ich bin hinter dir, genau. Aber lass mich mal besser vorne weg. Ah, gut, gut. Ich weiß nicht, wo es ist. Das ist auch blöd. Ja, 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 ja. Pass auf, du, du musst mich hier, ähm, nimm irgendwie sonst die Shotgun oder so, irgendwas, was ziemlich schnell geht. Ja. So, ein bisschen weiter hier lang, dass wenn ich gerade den Bär auch noch mitnehme. Du achtest ein bisschen. Ah, ja. So, das heißt, da, wo meine Sachen liegen, ne? Du musst jetzt hier gleich jede Menge Viecher abknallen. Weil die kommen alle. Ja, Moment, ne, Moment, bleib mal stehen. Oh, das ist so ziemlich scheiße, wir stehen bleiben und warten. Ja, ja, dann los. So. Da hinten waren die ganzen Viecher gewesen. Da sind sie alle. Schnall die ab, schnall die ab, schnall die ab. Und zwar jetzt, da kommt er. Mach die fertig. Mach die Platz. Alle abknallen, da hinten auch. Weil ich muss hier hinten weiterhin, die kommen sonst zu mir. Alter, Tabletten, Tabletten nehmen, Tabletten nehmen, Tabletten nehmen. Alter, ist das scheiße. Wo ist mein, wo ist mein Rucksack, wo ist mein Rucksack? Da ist mein Rucksack. Hast du alles? Cool bleiben, ganz cool bleiben. Mich mal eben machen lassen. Wir reden gleich in aller Ruhe. Alter, das ist jetzt voll die Ausnahmesituation. Ich werde bekloppt, ey. Und das dauert. Alter, und dann geht das hier nicht so, weil Rust wieder hier am Hängen ist. Weißt du, dieses Rausholen aus dem Rucksack, ne? Das ist so scheiße. Dann klickst du das und dann hat... Ja, so wie jetzt. Dann nimmt das nicht der Penner. Alter, ich könnte manchmal kotzen mit Rust. Das ist das, weißt du, bei Minecraft. Da ziehst du es mit Shift und Klack weg ist es. Und hier ist das wie im Zeitlupentempo. Wie im Zeitlupentempo dauert das. Ich habe jetzt wieder was rübergepackt, losgelassen. Und was macht dieser Scheißhaufen? Er nimmt es wieder nicht an. Er tut es zurück in diese verschissene Kiste. Oh Mann. Alter, ich sortiere das jetzt hier natürlich auch nicht. Ich packe das irgendwo rein, sortiere... Alter, mir passiert das jetzt ein paar Mal, ne? Ich lasse im Inventar los. Und was macht der Hackenpenner? Er nimmt es wieder nicht an. Er tut es zurück in die Kiste. Ah, toll. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wir treffen uns dann draußen auf der Straße wieder, ne? Ja, 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 ja. Das ist... Haust du jetzt ab? Ah, ja, ich bin raus hier. Das ist mir sonst zu blöd. Scheiße, nimm doch Tabletten. Ja, du hast doch genug. Alter, wenn ich jetzt angegriffen werde, ne? Das war alles umsonst. Dann müssen wir den ganzen Rotz noch... Ja, du hast doch Tabletten. ...beschützen. Es geht ums Beschützen. Ja. Alter, alter, alter. Darum geht's mir gerade. Ich, ich, äh, okay. Ich bin schlechter. Also, äh, ja, scheiße. Mann, ich muss dann jetzt raus. Scheiße, ich hab jetzt keine Waffe im Anschlag, weil ich nicht sortiert hatte. Weil ich, äh, mh, scheiße, Mann. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht angegriffen werde. Raus, 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 raus. Ich hab alles, ich hab alles, ich hab alles, ich hab alles. Raus. Alter, was ne Situation, wa? Jo. Krass, aber, ey, hallo. Aber sowas ist echt spannend. Das ist ziemlich heavy. Nerven aufreinend. Aber genau das ist doch spannend. Das ist geil. Das, was du verreckt bist, find ich gut. Du alter Hackenpisser. Und du haust ab. Warum eigentlich? Hast du Angst gehabt wegen Strahlung, du kleines Mimöschen? Na, ich wollte nicht sinnlos meine Tabletten hier verschwinden. Ja, sicher, aber mich da stehen lassen. Die Tiere spawnen jederzeit wieder neu und mich da stehen lassen. Wo bist du denn hin? Wo willst du denn noch hinrennen? Ich lauf außer Strahlung komplett raus, du Hackenpenner. Ich muss jetzt erst mal sortieren. Du bist so ein kleiner Psychopath bist du. Alter, ich muss jetzt erst mal hier eben, äh, sortieren bei mir. Ja, mach das. Falls es dir zu anstrengend wird, hier zu stehen, ne? Äh, dann geh doch... Ja, komm, ich hol mir das so ein Tier. Geh doch eine Runde Bettnessen, oder so. Ja, ich gebe das Arsch. Pesser, pisser, penner, pisser, penner. So, pass auf. Ich muss jetzt hier erst mal... Ja, das geht nicht. Äh, pass mal auf. Ich muss, äh... Pass mal auf. Komm, die esse ich mal eben. Ach. So, jetzt habe ich... Jetzt habe ich erst mal einen Platz frei. Damit ich überhaupt sortieren kann. So, jetzt lege ich mir eine Axt dahin. So, mein Inventar ist jetzt voll. So. Jetzt, äh, bin ich am überlegen, was hatte ich denn da immer? Da hatte ich die Pistole gehabt. Äh, dann, äh, da hatte ich den Bogen gehabt. Äh, dann hatte ich, äh... Ich weiß es nicht mehr, ey. Alte Scheiße. Was habe ich denn da immer alle so gehabt? Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach da die Axt. Dann habe ich ein Medikit, äh, Knarre, Bogen. Dann hier die, äh, die, äh, Schotte. Ach, jetzt weiß ich, was das war. Ah, genau, so war das. So, hatte ich es gehabt. So, der Rest ist jetzt scheißegal. Äh, äh, warte mal eben. Ich muss mal eben nachladen, die Schott kann. Kann ich die auch nachladen, während ich im Inventar bin? Anscheinend nicht. Nein, kann ich nicht. Ich muss das, muss das so machen. Boah, blöd, dass da kein Licht rangeht, ne? Ja, das ist wirklich blöd. Alter, jetzt ist schon wieder dunkel. Ist mir doch scheißegal. Alter, war das Hammer gewesen. Das war jetzt echt krass, ne? Die ganzen Tiere, ne, die da hinten waren, ne, die sind dann, weißt du, und von zwei Seiten gleichzeitig gekommen, ne? Und dann mehrere auf einmal, und, hör mal, ich war so, und dann hat es gehakelt, ne? Dann hat Rust so geruckelt, dass ich nicht mehr zielen konnte, ne? Es war dann Standbilder bei mir gewesen. Und das war die große Scheiße. Ob das am Hageln liegt, dass du nicht zielen kannst. Ich hab getroffen, mein Penner. Ja, ja. Mein kleiner Heckenpenner. Ich hab getroffen, obwohl du so rumgetanzt bist. Da ist ein Bär. Komm, mach. Nein, schon wieder. Alter, das kann doch nicht sein. Der hat mich schon wieder getroffen. Alter, Falter. Der hat mich voll getroffen, der Heckenpenner. Wir sollten hier rausgehen, weil der ist gespawnt. Der Wolf. Ich hab den noch gar nicht gesehen, da hat er schon geklefft. Alter. Da hinten ist der Bär. Sollen wir den noch wegmachen? Äh, nee. Den Bär, den lassen wir mal. Also das, das, vor allen Dingen, weißt du, wenn das dann so, 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 so ruckelt, ne? Das ist Endscheiße in dem Moment. Wenn das ruckelt. Okay, komm, wir gehen weiter. Ist mir jetzt scheißegal. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Irgendwie haben wir ja gemerkt, so lange ist die Nacht ja dann auch irgendwie nicht mehr, ne? Oder es kommt einem einfach nur so vor, ne? Man weiß es nicht. Kann sein. So, ich würde sagen, wir legen mal hier einen kleinen Gang zu. Und, äh, ja gut, da hinten, da waren wir ja. Ach, da lassen wir jetzt. Da gehen wir nicht nochmal rein, ne? Ne, würde ich auch sagen. Ja, dann gehen wir jetzt hier erstmal weiter. Weil, wie gesagt, ganz so dunkel finde ich es ja auch gar nicht mehr. So, da hinten ist ein Wolf. Den, den lassen wir. Okay. Boah. Nimmst du den? Ja. Sieht man so schlecht, ne? Die Schwarzen. Ja. Schwarz? Ja, mein Inventar ist wohl. Müsstest du dann mal nehmen. Naja, gut, das müsste sich ja dann nachher... Schön. Jetzt. Oh. Moment, Inventar ist auch voll. Das ist natürlich jetzt, weil wir ja, ähm... Warte mal, kann ich noch was von den Pfeilen stacken? Nee. Ähm. Jetzt. Weißt du, was auch blöd ist? Dass wir jetzt hier so voll sind, allein schon durch das Werkzeug, was wir mitnehmen. Ich werde auch keine drei Äxte mehr mitnehmen, sondern nur noch zwei. Jo. Nur noch zwei. Mehr mache ich nicht. Ähm... Ich trinke mal hier. Ich habe so eine Wasserflasche hier, das werde ich mal austrinken. Ja, weil ich bin auch voll, aber ich habe nichts wegzuschmeißen. Hast du dann einen Slot frei? Wieder? Ähm... Moment. Lass mal hier was weglegen. Nimm mal die Pfeile auf. Ja. Drei Stück liegen da jetzt noch. Okay. Drei Pfeile. Trinke ich schnell was? Trink doch auch mal eben was. Ja. Nee, weißt du jetzt einfach so, weißt du, von der Gesundheit her, ne? Hm. So, einen habe ich jetzt noch frei. Ja, dann hau mal den Wolf weg. Ich esse gerade mal eben die Bohnen auf. Mach das. Ja, schön, jetzt ist der Wolf weg. Jetzt ist er von alleine weggegangen? Ja, ja, ist er weggegangen. Krass. Okay, so, jetzt habe ich auch wieder einen frei. Okay. Gut, äh, dann würde ich sagen... Achso, halt, halt, halt. Oh, sollen wir den Hirsch auch mitnehmen? Ja, ich habe, ich habe keinen Platz mehr dann. Alter, wir müssen auch mal, einfach mal... ...die Knarre benutzen, was? Jo, auf jeden Fall. Es ist zwar ein bisschen teuer, aber mein Gott, man muss auch mal, ne, Abwechslung zeigen, ne? Genau. Wir sollen uns vielleicht auch mal so eine alte Waffe craften. So eine alte? Ja. Ja. Die dürften ja nicht teuer sein, ne, von der Herstellung. Normal nicht, ne. Ne. Oh, Holz, Holz, nehme ich, nehme... Achtung, rechts. Boah, Mann, ey. Okay, nimmst du den auf? Ja. Ich nehme mal hier den Holzstapel. Den müsste ich ja nehmen können. Ich hatte ja vorhin auch Holz gesammelt. Ja, sicher, das geht noch immer. Aber geht noch. Weil, weißt du was? Ich hätte auch Bock hier mal wieder ruhig mal die Mapzonen runden. Scheiß aber drauf, ob jetzt dunkel ist oder nicht. Also, ich sehe noch hier genug. Jo, können wir gerne machen. Wir können halt nicht viel mitnehmen, ne? Das ist es, vor allen Dingen, weil wir auch so viele Waffen jetzt mittlerweile haben, ne? Wir sollten das demnächst vielleicht ein bisschen cleverer anstellen. Alter, den habe ich in den Hals reingeschossen. Hoho, total. In den Hals. Ne, dann müssen wir einfach mal das nächste Mal gucken, dass wir unser Inventar nicht von vornherein schon so zumüllen. Aber ganz ehrlich, wir konnten ja gar nicht viel einsammeln. Was ist, bist du voll? Nein, meine Axt ist kaputt. Also. Oh. Ja gut, hast du aber mitgenommen, ne? Super. Können wir weiter? Jo. Gut, weil oberste Prämisse ist, ja, wir sind ja lernfähig. Also ich jedenfalls. Dass wir uns nicht nochmal... Achtung. Hinter dir. Wo ist er? Der Backtrum. Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist im Boden drin. Ich renne weg. Ja, pass auf. Und jetzt umdrehen. Wo ist er? Da läuft man nach. Aua. Er hat mich. Ah. Oh, Mann. Das ist so scheiße, dass das Backt, wa? Ja. Jetzt sehe ich... Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Dankeschön. Nimmst du ihn? Ich muss... Moment. Ich muss erstmal die Waffe weglegen und die Pumpe unten reinziehen. Weil ich habe keine Munition, der wird immer voll. Ah, mein Inventar ist voll. Toll, jetzt habe ich natürlich... Hm. Mein Inventar ist voll. Wir sollten vielleicht doch mal mit Pfeil und Bogen gleich benutzen. Damit wir da die Pfeile eher verbrauchen, als wie hier die Muni. Alter, das ist echt scheiße seit dem letzten Update, ne? Dass die im Boden verschwinden. Ja. Das ist natürlich ein bisschen Hardcore-mäßig, ne? Ja. Aber so, wie gesagt, für die nächste Tour müssen wir einfach gucken, dass wir da echt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen das Inventar entmüllen. Dass wir nicht von vornherein schon so voll bepackt rumlaufen. Genau. Ne? Weil auch, dass wir nicht so viele Waffen mitnehmen. Und auch, was ich sagte, ne? Mit der, mit der, mit dem Hackebeil, ne? Äh, werde ich keine drei mehr mitnehmen, sondern nur noch zwei. Scheiß was drauf. Weil ich glaube, wenn du zwei, ähm, ja, vollwertiger hast, äh, dann, dann reicht das. Sag mal, weißt du was? Genau. Ich, 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 ich mein, ich glaub, das wird schon wieder hell, ne? Ja, ja. Ja, alter, ist doch geil. Also, ganz ehrlich, ne? Ich finde die, also, ich denke wirklich, dass die Nächte kürzer geworden sind. Und da kann man auch echt mal so eine Nacht einfach durchlaufen, wenn man hier so auf Tour geht, ne? Genau. Und da hinten ist ein Holz, äh, Stapel, den, äh, nehm ich mal. Juhu. Genau, du siehst mich. Dass wir bloß zusammenbleiben. Genau. Das hab ich auch gerade beim roten Punkt gesehen, dass du mich siehst. Ja, was? Wir sollen, wir sollen vielleicht die, also ich würde den, den Pfeil und Bogen würde ich komplett rausnehmen. Aus dem Inventar raus. Und dafür Munition mitnehmen. Weil die Pfeile, die nehmen, guck mal, wie, 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 äh, Platz die wegnehmen. Das ist scheiße. Ja, gut, vom Platz her, aber ist günstiger eine Herstellung, ne? Ja, günstiger. Wir haben genug davon. Ach, hol doch auf. Wenn ich immer höre, genug davon. Ich bin geizkrank, ich bin sehr sparsam. Ja, für was denn? Und deswegen, deswegen habe ich auch Paläste und du nicht. Weil ich, äh, äh, alles ein bisschen mehr zusammenhalte. Ja, ja. Da kann ich noch so in Protz, äh, leben, ne? Achtung, du hast ein Wolf. Trotzdem sage ich immer, nö, ich habe kein Geld. Ne, und das ist auch, denke ich, die bessere Taktik. Alter, warum hast du auf den gar nicht drauf geschossen? Nee. Warum nicht? Na, du musst schon mal sagen, was du machst. Alter, du Kollegen, Schwein, du guckst dir ganze Zeit zu. Der hat mich nämlich getroffen jetzt. Ja, dann musst du eher schießen. Penner, guckt er sich dann an, weißt du? Und ich rette ihn hier ständig. Wenn ihn Wolf verfolgt, rette ich ihm ständig sein scheiß Leben. Sein scheiß verficktes, verkorkstes Leben. Rette ich ihn jedes Mal. Und er guckt zu, wie ich da abkacke, ey. Das ist ja wohl echt, du. Oh, 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 oh. Was los? Ja, ich, Holz kann ich noch stacken. Ja, hier, hier, nehm, 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 nehm. Alter. Pfeil und Bogen ist jetzt angesagt. Das ist natürlich jetzt so blöd, ne, wenn wir hier auf Tour sind und dann echt so voll sind. Aber ist egal, wir gehen jetzt weiter. Ja, die Waffe brauchen wir ja eigentlich nur in der Nacht, wenn es dunkel ist. Ja, ja. So, Pfeil und Bogen und das benutzen wir jetzt erstmal. Und dann gehen wir weiter. Ich finde das so geil gerade, wie es da jetzt so hell wird. Weißt du, hier, ne, bergab ist noch ein bisschen dunkel. Und da oben siehst du schon, wie die Sonne überall rein scheint. Ja. Das ist, also, atmosphärisch ist das richtig, richtig geil, Rust. Und ich finde, das war schon... Also, bei der Landschaftsgestaltung finde ich es auch sehr, sehr, sehr cool. Ja, ja. Und ich finde, das war auch eine richtige Entscheidung gewesen, Rust, äh, dass wir beide hier Rust, äh, ne, neben Minecraft, äh, auch als Endlos-Let's-Play laufen lassen. Ja. Das, äh, das war die richtige Entscheidung gewesen. Also, wenn ein Spiel als Endlos-Let's-Play laufen kann, neben Minecraft, dann würde ich echt sagen, hier, Rust. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, äh, man sieht ja, es tut sich jede Woche hier was, ne, was das Updates angeht. Es ist also sehr aktiv, ne, die arbeiten dran. Und, äh, ja, es wird immer wieder was verbessert. Und vor allem, es wird auch was hinzugefügt. Und das, das ist ja das Wichtige. Ja, das macht immer schon langweilig. Genau, genau, dass neue Spieleinhalte dazukommen, ne, etc. Und dann freust du dich auch über jede Kleinigkeit, die wieder dazugekommen ist, ne. Pass auf, du kannst Holz decken, ne. Dann nimm mal da mit. Ja, ich kann auch Steine decken. Noch. Ich hab noch Platz. Ja, super, dann mach mal. Für Rohstoffe. Es ist aber trotzdem nicht alles Gold, was glänzt. Also die Updates, die bringen natürlich auch, äh, dementsprechend Nachteile mit sich. Inwiefern? Naja, diese Serverprobleme da. Ja. Das ist ja alles aufgrund von den Updates passiert. Ja, richtig, richtig. Richtig. Wir haben nur den Vorteil, dass wir mit dem Problem zurechtkommen. Im Gegensatz zu anderen. Das stimmt allerdings. Oh, sind wir fies. Aber ist das so? Im Gegensatz zu anderen kommen wir damit gut zurecht. Emma, ich hab hier noch einen Hirsch erlegt. Kannst du den, kannst du noch was nehmen? Ah, ich bin gerade noch auf dem Holzhaufen. Ich komm gleich wieder Richtung Straße. Moment. Ja. Ich nehm den noch ganz schnell mit. Und dann auf der anderen Straßenseite so runterlaufen die Wiese. Hier ist auch noch Holz und ich hab hier gerade einen Hirsch erlegt. Einfach, weil ich's kann. Alter, aber das stimmt ja wirklich, ne. Ein Bär. Ich hab, man hat ja jetzt schon wirklich bei anderen, ne, mitgekriegt, die das auch Let's Playen, die echt aufgehört haben. Die haben halt aufgegeben, ne. Also mit dem Problem nicht hier zurechtkommen. Und ich find's geil. Wir machen hier ein Endlos-Let's Play. Ey, hast du gerade geschossen? Ja. Da war ein Bär. Äh. Kommst du? Ich dachte, das sieht mich nicht. Ja, Moment. Ich muss den erst zerstückeln und dann. Scheiße. Ich dachte, das sieht mich nicht. Ich wollte an so einen Holzstabbel ranschleichen. Aber trotzdem, der hat sich umgedreht, hat mich gesehen und ist sofort auf mich losgegangen. Aha. Ja, toll. Jetzt ist mein Holz voll. Er hat sich umgedreht. Moment. Nochmal das weg, das weg. Jetzt kann ich wieder was aufnehmen. Hör mal, ich hab hier zweimal Holoside im Inventar. Blueprint einschmeiß ich jetzt weg davon. Ja, hab ich auch gerade weggeschmissen. Holoside Blueprint. Oh, schön, dass du das sagst. Ja, was wollen wir damit? Das brauch ich ja nicht erwähnen, ne. Doch, doch, wer weiß, was du noch alle so weggeschmissen hast, wovon ich nichts weiß. Jetzt ist das Vertrauen weg. Dass du nicht in meinem Inventar bist. Jetzt ist das Vertrauen weg. So, ich hab den Hirsch platt gemacht. Du kommst ja eh nicht. Ich hab den Hirsch jetzt platt gemacht. Ich hab das Holz weggemacht. Und hier ist auch noch Holz. Mach ich jetzt auch noch weg, weil ich hab jetzt das Problem selbst gelöst. Auf dich ist ja kein Verlass. Ja, ich komm doch nicht extra zu dir wegen so bluten Hirsch. Und du machst ja da einfach, weißt du, wer weiß, was du alle schon weggeschmissen hast. Da ganz hinten läuft der rum. Ja. Nein, also, weißt du, also das Vertrauen ist jetzt einfach weg. Ach du, mit deinem Vertrauen. Also sprech mich jetzt bitte nur noch mit Herr Reichskraft an, ja. Also, du Kackameise. Hier sind schon wieder so viele Tiere. Oh Mann. Und ich bin gerade am überlegen, ob das hier ein Holzstapel ist, den ich da gesehen... Nein. Das war ein Schattenspiel. Es war ein Schattenspiel, was extra für mich aufgeführt wurde. Sag mal, wo bist du gerade? Ja, auf der Straße. Mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Ja. Man könnte auch behaupten, mitten auf der Straße. Aber das... Weiter unten oder weiter oben? Ja, weiter unten, weiter oben, überall. Ich bin lieber. Da hinten ist aber Holz. Aber da steht ein... Ne, ich möchte viel lieber mehr so auf rote Tiere gehen. In der Hoffnung, weißt du, dass wir noch ein paar interessante Sachen von denen kriegen. Genau. Weil die haben ja, ne, mehr... Alter, da läuft ein Wolf in der Luft. Na, tatsächlich. Ich bin auch... Alter, Falter. Das ist Airwolf. Ja, ehrlich. Airwolf. Alter, und das ist alles seit dem letzten... Habt ihr die jetzt noch runtergefallen? Alter Schwede. Das ist halt noch ziemlich buggy, ne? Mit den Tieren und allem. Man könnte echt meinen, dass das noch eine Alpha-Version ist. Early Access, ne? Ja. Aber wie gesagt, das sind ja alles nur Vermutungen, ne? Ja, das sind... Weißt du, keiner weiß es genau, ne? Keiner weiß es genau, ne? Aber vermutet wird schon länger, ne? Dass du einfach Blueprints wegschmeißt, ohne das zu erzählen, ne? Aber das, äh... Naja. Es ist eben halt so, ne? Ja, ist schon. Ne? Vermutet wird... Aber mit der Nahrung, das wird knapp, ne? Ich hab nix mehr zu essen. Wieso das denn nicht? Ja, aufgebraucht. Ja, aber wieso nimmst du denn nicht genug mit, du Pfeifen? Wenn du nicht genug mit, wärst du nicht verreckt, dann hätte ich noch genug Nahrung, dann hätte ich mich nicht mit diesen blöden Tieren rumschlagen müssen. Wie kannst du denn genug Nahrung mitgehabt haben, wenn du fettig bist? Wie hast du denn mitgehabt? 20? Das kann er jetzt nicht dann ernst sein. Wieso hast du denn 20 dir reingepfiffen? Wie geht das? Ja, ich bin ja auch verletzt gewesen. Ich muss ja essen. Ja, aber wie kann man sich 20 Stück rein... Ja, gut. Halt deinen Mundlauf, Alter. Aber jetzt ohne Scheiß. Aber das verstehe ich jetzt gerade ehrlich nicht. Wie kann man sich 20 Stück reinpfeifen? Also mit 20 Stück mach ich hier 5 mal eine Weltumrundung hier. Ja, ja, weil du es bist 2 Stunden. Genau. Nein, aber jetzt ernsthaft. Wie ist das möglich, 20 Stück? Das ist aber schon echt krass, ey. Ciao. Boah, nee, jetzt stinkt's wieder. Du läufst ja hinter mir. Ich hab extra mich umgedreht, ob du hinter mir bist. Und dann hab ich gedacht, okay, er ist hinter mir, jetzt kann ich einen fahren lassen. Weißt du, wenn ich jetzt... Wann dann?